So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Sofort die Waffen wegstecken! Wer sind sie? Ins Licht kommen! Langsam, langsam! Ich will verdammt sein! Es ist Bourbon! Hey, Leute! Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef. Ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Hallo, ich bin halt gekommen. Nicht bewegen! Stillgestanden! Ich rede mit dir! Was willst du denn? Na, was willst du von mir? Okay. Die beiden können durch. Wir kommen auf den Markt. Lass uns gehen. Oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Hey! Einen anderen Tonfall gewillt! Idiot! Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese wagen Jungs aussage. Wieso denn wir? Ich hab mit denen keine Probleme. Das sieht nicht so schön aus. Ach, die malen alle. Was malt er da? Schleuerwiesen oder sowas. Ach, die malen alle. Was malt er da? Schleuerwiesen oder sowas. Jungs! 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 Ah, hier. Storch. Zwei Granaten. Was hast du? 103 Luftdruck habe ich. Revolver mit Schalldämpfer. Fingeling in love. Schrotflinte. Erstmal tauschen. Wo kann ich tauschen? Was gibt's denn? Ich glaube nicht. Ah da. Das sagen sie irgendwie alle. Die ausgewogensten Messer. Kiltar habe ich genug. ihr müsst euch mal vorstellen hier werden solche sachen angeboten das heißt man könnte sogar jetzt schon so viel haben die beste waffe der welt sehr empfehlenswert wie auch immer eine ratte kaufen das sind die haustüre der metro eine ratte wer kann da nicht spielen immer nur das gleiche was ist das denn jetzt als hätten wir was davon genommen sie ist mit mir los ich hatte sie gerade anhatte sich jemanden erstochen also ich habe hier mit einem typen etwas ausgemacht er ist ein gieriges arschloch aber daran können wir nichts ändern nimm einen ersatzfilter wir müssen hoch an die oberfläche gut also gehen wir ich denke du kennst den weg bereits jetzt wo ich überlegen jetzt wo ich überlege brauche ich midi packs ich habe drei reicht schon bezahle diesen dreck klack ist mir ein vergnügen geschäfte mit ihr zu machen so gut so gut war nur ein scherz hier ist die moskauer metro die luft die luft ist frei los ich habe ich habe mich ja ich 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 Bewegung, Junge. Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, Grunste Burben. Willkommen zu Hause. Und auf der Karte sehen wir jetzt, das ist der Kreis. Das ist die Oberfläche. Das ist ja hier das ganze System, was wir sehen. Das ganze Netz von Moskau. Und jetzt ganz vorsichtig. Hier treffen wir schon auf einen glücklichen Bürger. Stalker, diese irren Teufel kommen fast jeden Tag an die Oberfläche. Suche nach Schrott, Mun, alles was sie ausgraben können. Ich meine, 2014 war es bei mir sogar manchmal so, dass ich kaum Filter hatte. Da musste ich irgendwie mich da durchhängeln da. Da einer, da einer, dass ich überhaupt durchkomme. Auch hier ist die Luftgefroren, wie Schneemänner in Lumpen. Durchsuche den Raum sorgfältig, vielleicht findest du ein Lager. Oft bauen die sich an der Oberfläche verstecke, nur für den Fall. Schau dich einfach genau, dann werden wir keine Probleme mit Ersatzfiltern und Munition haben. Was haben wir denn hier? Ah, ein Filter. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Ein bisschen Moon, Klasse. Danke, mein Freund. Äh... Ah! Was haben wir denn hier? Ah, Jesus. Denken wir nicht noch gebrauchen. Danke, mein Freund. Bereit? Ich bin kurz davon ausgegangen, dass ich die 176 eintauschen kann. Solltest du sterben, kriege ich auch deine AK. Was zum Teufel? Dort. Versteck dich, Junge. Bleib versteckt. Wenn wir der Bestie im Freien begegnen, dann krieg ich in die nächste Spalte. Manche nennen sie Dämonen. Ich nenne sie Mistkerle. Da fragt man sich, wie die Evolution sowas zustande bringt. Mutierte Vögel, mutierte Ratten. Aber sowas... Das ist die tote Stadt. Willkommen zu Hause, Artyom. Äh, 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 äh! Ich... Das nenne ich nun wirklich, äh, äh... Du musst aus ihm umgehen, Artyom. Nicht in die Pfützen treten, sonst wirst du verstrahlt. Siehst du dieses Gebäude? Dein Ziel ist ein Schacht im Hinterhof, der führt zur trockenen Station. Ich warte im Gebäude auf dich. In der oberen Etage ist ein Ranger versteckt. Beeil dich und iss keinen gelben Schnee. Ha, 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 ha.